Willkommen zum neuesten Newsletter von Keller Spiegelschränk. Die Zeit vergeht wie im Flug und Swissbau 2024 ist bereits wieder Geschichte. Wir möchten uns bei unseren Besucherinnen und Besuchern nochmal ganz herzlich bedanken. Willkommen in der faszinierenden Welt der Vario Spiegelschränk-Serie, wo grenzenlose Flexibilität auf innovative Produktevielfalt trifft. Die Zukunft der Umgestaltung liegt in ihren Händen. Ab sofort finden Sie unseren Vario Produktkonfigurator bei uns auf der Website. Mit wenigen Klicks können Sie Mass, Features und Design-Elemente ganz einfach bestimmen und auswählen. Und das Beste, alles was Sie finden im Konfigurator, bringen wir Ihnen in absoluten Standardlieferfristen und zu vernünftigen Preisen. Mit dem Keller Retrofit ist eine einfache Umrüstung, kostengünstig, von FL auf eine top LED-Geschichte möglich. Wenn Sie sich um gar nichts kümmern wollen, besteht also die Möglichkeit, dass wir Ihnen den Umbau vor Ort erledigen. Eignet sich perfekt für Bauherren, die einfach nachhaltige und zahlbare Lösungen suchen. Sind Sie konkret an einem Angebot interessiert? Bei uns auf der Website können Sie ganz unverbindlich eine Offerte bestellen. Bereits an den Swissbau haben wir unsere runde Erweiterung im Unix-Sortiment präsentieren. Mit seiner runden Form verleiht er jedem Badezimmer einfach einen modernen Touch. Neben dem haben wir neu ein Wandbecken Gäste-WC-Spiegel eingeführt. Besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bis bald!